Was macht Rengar? Was macht Rengar? Ja eben Ui Rengar will sich den echt holen Oh man Und ich lauf natürlich wieder in den Stun rein Ok ich muss weg hier Leute Ja passt wir kriegen dich raus Ne der Rengar Was soll der macht der? Keine Ahnung Boah der bringt uns alle um der Depp Und deswegen ist auch raus ohne dass ich euch geholfen habe Ich musste meine Ulti zünden und es hat trotzdem nichts geholfen Jetzt habe ich meine Ulti nicht ab Ja du hast ja schon 3 kills Nice Oh Pallon geht ab ne Ja Ja Wo ist er hingeflasht? Ja hier hinten Über die Mauer Ja da 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 hinten Ich krieg dich Ich will sich executen Tun wir es Ein Dings drauf und er lobt dich Nice Ja Kallen Schreibt da Guys what's up Gleichgewicht in allen Dingen Ja Nächstes Mal gehst du da einfach nicht allein rein Richtig Ja dann schreibt sie ihm noch rein Ne Passt schon Ok kannst du tanken? Ich glaub ich werde mich hinkriegen hier bumm Mission zu Werden 4 4 3 Vorhin war ich 3 3 3 3 Immer wenn ich ein kill hole hole ich noch den ..ự rev reliable Ich bin kurz zurück. Ja, mach das. Ich mag dich. Ich passe auf Talon auf, dass er nicht wieder irgendeine Dummheiten macht. Nice, don't leave me. Ich könnte ihm auch sagen, say SS. Sometimes SS says a lie. Was machen wir jetzt hier eigentlich? Ähm, keine Ahnung, wir passen auf Talon auf. Ja, der Talon ist aber gar nicht wahr. Du holst immer unseren Blubuff. Ich? Ja. Wer sonst? Wer braucht die denn von uns? Talon vielleicht? Aber Talon, der bestellt sich's wieder, dass er alleine top ist. Äh, ich hatte grad den... Was hattest du grad? Äh, ich hatte grad irgendeine total empfällige Ping. Das ist immer klar. Ich top. Äh, warte mal aufräumen. Ich bleib mit. Komm, wir bleiben mit. Ich glaube auch mit. Ich hab grad nur... Ich hab ja immer so Ping-Spikes, das ist total komisch. Das ist ja eigentlich eine Ping-Spikes. Ja, da hast du auch noch im Team-Speak ein paar, äh, äh, Aussetzer. Mokala! Verdammt. Nee. 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 Eigentlich nicht, Mann, zu... Was hältst du eigentlich... Ich hab nicht verstanden. Boah! Es ist zum Kotzen! Ja, ich verstehe dich auch grad nicht, was du sagen willst. Ja, ich sag dir, es ist zum Kot... Ja, was du... Du willst sagen, es ist zum Kotzen? Bis gleich. Ja. Bevor ich hier noch sterb, Alter. What the fuck? Oh, ich hab da mal ein paar Leute gefunden. Äh, Nico, was machen wir jetzt? Machen wir irgendjemanden, sollen wir hier rumstehen? Ja? Sollen wir hier jetzt Ewigkeiten rumstehen? Ähm... Eine Menge baited? Okay, dann gehen wir doch rein, oder? Wollen wir reingehen, so, so. Ja, wollen wir. Okay... Überraschung! Naja, du holst also die ganzen Kills? Okay, ich mach's. Mein Kill! Ich bin auch ein Kill. Ja, dann holt euch doch diesen Scheiß-Ding. Das war auch mein Kill! Hol den! Nein! Ich hab kein... Geh nicht hinterher! Aber jetzt. Fuck, jetzt sterb ich. Ja, hättest du mir den Kill überlassen können. Das war nicht so klug. Ja, das war echt nicht klug. Aber ich wollte den Kill haben! Weißt du, ich hatte auch immer einen Snowball schon drauf. Also das wäre alles kein Problem. Ich weiß, aber ich hab den Kill bekommen! Ja, dieser, ich hab den Kill bekommen! Ich hab den Kill bekommen! Ja komm, manchmal würde ich einfach liebsten schlagen. Ja, aber ich hatte Kill bekommen! Ähm... Äh, was will ich mir denn kaufen? Ich hab grad keine Ahnung. Ich bin grad... Wenn der Red von dir ab ist, kannst du dir den holen. Nö, der Stone. Naja, komm. Ich hab den Kill bekommen, Leute! Darf ich abhauen, Matze? Ich will dein Hund nicht bei ihm. Du darfst raus, natürlich. Da ist Garen! Da liegt er! Ah, da ist er wieder. Ich hol die ab! In... paar Kutten! Können wir uns der... Naja, der ultet sich raus. Äh, der flasht sich raus! Der hat sich raus geflasht. Ja. Okay, jetzt lass uns mal Mitte pushen ein bisschen. Ja, ich werd noch kurz deinen Bluebar vor Ort und dann komm ich. Ähm... Ah, hier ist Jace. Jace kommt zu euch, Vorsicht! Wo ist euch und wo ist... Ping? Also euch ist da, wo wir sind. Und da ist der Jace. Oh, hi Jace! Und ich treff ihn natürlich nicht. Egal. Na, der hat sich geflasht. Ja, aber da ist was nächstes. Ah, da sind ein paar. Ah, hier sind ein paar viele. Ja, vielleicht sammeln wir uns alle da oben. Im Gebüschle. Gucken kurz... Ja, aber nicht alle da rein, weil sonst heute da seine... Äh, sonst heute Ding sein... Backshot rein? Nee. Was? Was? Du Hölle, wieso war ich tot? Ups! Ja, ich denke, das war ganz gut. Wieso bin ich wieder tot? Kann mir das einer mal erklären. Okay. Weil du mir einen Tödelkill gehen wolltest. Ich hab vorher keinen Kill bekommen. Doch einen, aber da musst du hier stimmen. Ich hab eine Fähigkeit rausgehauen, dann war ich tot. Obwohl ich um die Ecke stand, für mich hätte keiner treffen dürfen. Ja, viele Talents? Hallo, ich hab mehr Kills als er. Ich hab auch mehr Minions-Kills als er. Und noch mehr Assists als er. Ich geh und geh und geh und geh und geh. Die Greys hat Garen Top und er hat ihn verloren. Er schiebt nur auf die anderen. Die anderen sind immer schuldig. Ja, ist immer so. Ähm, weiter pushen? Nein. Okay. Ich hol mir den Bluboff. Du hast den Bluboff? Ja, das wär cool. Ja, dann hol den dir. Ich hab nämlich irgendwie einen. Keine Ahnung, wo ich den hab. Oh no, what a nightmare. Ich glaub, ich bleib bei Guardian Angel. Der Dings macht mir einfach zu viel Schaden. Da ist ein Fiktor. Plastieneses. Da ist auch ein Chase. Du kriegst keine Assists. Vergiss es. Da hast du schon sieben Kills. Also. Äh, war da grad jemand bei dir oder wie? War da grad ein Gary? Ich mach grad einen Moonwalk. Hallo. Hallo. Nehmt ihr auf? Ja. Aber du spielst ja gleich mit? Ja, kannst du ruhig drin? Bleiben wir. Wir haben uns gleich gewonnen. Ich hab noch ein Date mit dem, mit dem Crew G. Aha. Ich bin auf dem Anlass. Aber ich bin gegen später dabei. Hauptstrich flasch mich rein. Die Parony. Atta, bis dann. Ja, okay, bis gleich. Oder später. Ciao, ciao. Ich komm. So haben wir ihn ja nicht im Aufnahmeordner. Ups. Passiert. Tümpel war im normalen Spiel. Ja. Ja. Ich komm ja schon. Beim. Bämn. Den Revan's up. Der Revan's up. Ganz ehrlich, eigentlich möchte ich mir unbedingt mal Revan's kaufen, aber. Ich komme nicht nach Hause, weil hier so viel... Der Pack geht. Ich hole ihn mir ja. Na! Reset er nicht. Von Aarsch. Okay, ich bin mal kurz weg. Oh, ich bin Ranger. Ich muss unbedingt fighten. Because that's what I'm best at. Ich hab nichts ab. Ich geh jetzt da einer rein. Nicht grillt, Ausschlag. Ja, Rangar hat ihn gekillt, krass. Ohne irgendeine Unterstützung. Was auf einem Rangar irgendwie ziemlich abwürdig ist. Weil der ist ja eigentlich nicht so der... Der Damage-Dealer, ne? Was hat denn unser Rangar denn so gebaut? Ja, der Trinity Force. Der Carry ist gar nicht da, also zu dem. Ich wollte dir den holen. Was, dein, der überhaupt nicht deiner? Hallo, ich bin Nate Carry. Ich krieg alle Kills im Late Game. Wir sind im Late Game. Ja. Siehst du, wieviel du hier bist? Der Ruder ist im Late Game. Ist jetzt meine Idee für einen Minion eigentlich eigentlich. Dumm, oder was? Komm mal kurz, den Power kaputt. Da. Sollen wir ihn kurz Put machen, ja? Bestimmt so. Mein Kill. Der Tower hast du, den Tower hast du gekillt, okay. Meiner. Hehehe. Geeta. Oh, ich seh schon wieder nichts. Ach, du hast ihn gekillt, okay. Ah, schade. Ich hab gedacht, ich krieg ihn noch. Okay, komm. Ähm, warten wir kurz auf Rangar und dann killen wir den Top Tower. Ja. Ja. Ich versteck mich hier hinter den Bäumen. Hehehe. Keiner sieht dich und du siehst auch niemanden. Richtig. Na, was mach ich? Ja, was mach ich? Jetzt bist du aber auch so auf dich alleine gestellt, ja? Ahhhh. Du bist doch eigentlich so rot. Hehehe. Hehehe. Aber ich hatte Spaß, muss man dazu sagen. Ja, ich glaub's. Aber wir haben jetzt unseren Carry nicht mehr. Ohhhh. Komm, du bist doch Carry hab ich gedacht. Du bist grad allein, Depp. Hehehe. Du musst dir schon hinterher rennen. Nein, ihr seid, ihr seid alle an der Seite. Du bist doch der Carry hab ich gedacht. Dem Late Game krieg ich alle Kills. Hehehe. Ich bin der Adi Carry. Der Adi Carry. Der Adi Carry. Ah, Mimi Mimi Mimi. Ich fordere mich in 20 Sekunden zu euch. Da liege ich, da liege ich. Hehehe. Komm, pusht mal die Wave vor. Wie ist eigentlich der Matze tot und Nico lebt noch? Weil ich der Carry bin. Hehehe. Hehehe. In der Carry. Ich für dich. Ich habe nicht. Nah, Jakob wir können dann eigentlich mit Dragon machen. Nöööööö. Ich bin vorne. Ich werde doch einfach das Vier gewinnen. Achso. Hi Nico. Und wie geht's so? na gut dann machen wir jetzt mal wir sind eigentlich beschäftigt genug ist weg ja dann nicht was machen wir dann jetzt ich habe auch ein wir treffen uns hier oder wir treffen uns im fluss und dancen keine ahnung ich bin übermüdet wow ja ja den holen wir uns oder auch nicht oh man ich wollte auch einen ich habe ja ich habe ich würde gerne einkaufen ich mach das jetzt nicht rum sagt mir nicht was tun soll ich habe jetzt den mittelmat auf euch mit dancen ja sie stellen so kleine wurfsterne her er schreibt mir jetzt lol at this graves was will er denn eigentlich mit das race total scheiße ist was ich auch irgendwo verstehen kann das graves top nicht gerade die künfte war des jahrhunderts war stund ja das hat einfach nicht tanken sie noch was tankst du dir eigentlich du meinst was er sich tankt ja was er sich tankt genau ja ich wusste dass du es machen willst mich kotzt schon ein bisschen an dass der talent 15 kills hat und ich nur 13 bin guck mal unter dance ja vielen dank fürs zuschauen wir sind naps wurde ja gerade geschrieben und bis zum nächsten mal ne die anderen wer hat es geschrieben gar nicht im